Drei Wochen ist Mirko Slomka nun beim HSV. In dieser Zeit hat er schon allerhand mitmachen müssen. Neueste Hiobsbotschaft, Marcel Janssens Länderspieleinsatz endete mit einer schockierenden Nachricht. Sie haben wahrscheinlich alle, genauso wie ich, gestern miterlebt, wie Marcel Janssen sich verletzt hat. Marcel hat eine schwere Verletzung im Sprunggelenk. Im Kapselbandapparat wird wahrscheinlich gerade jetzt auch in Tübingen operativ versorgt, sodass wir auf jeden Fall eine sechswöchige Pause einplanen müssen. Das ist natürlich sehr bitter, aber das können wir nicht ändern. Slomka klagt nicht, stets bemüht, das Positive hervorzuheben. Über einzelne Personen spricht Hamburgs Trainer nicht so gern. Bei einer Personalie aber verziehen sich Slomkas Gesichtszüge. Die Krise beim HSV wird vor allem an Raphael van der Vaart festgemacht. Unter anderem Lothar Matthäus und Günter Netzer halten ihn für nicht mehr gut genug. Hier auf Einzelne herumzuhacken oder nur die kritischen Momente zu sehen, finde ich gerade fehl am Platz. Wir wollen die Liga halten, da gilt es zusammenzuhalten. Und ich habe mit dem Günter Netzer auch gesprochen. Und wenn man die letzten Monate hier beim HSV verfolgt hat, dann konnte man vielleicht hier und da mal erkennen, dass das nicht alles gegeben wurde auf dem Platz. Aber das sehe ich nicht. Und das habe ich dem Günter Netzer auch gesagt. Ich sehe hier keine Mannschaft, die charakterlos ist. Slomka sieht seinen Kapitän weiterhin als die Führungsfigur, hätte ihn gerne gegen Frankfurt auf dem Platz. Doch van der Vaart liegt krank im Bett. Raphael van der Vaart, mit dem habe ich natürlich auch permanent telefonischen Kontakt. Gestern hatte er über 40 Fieber. Wir haben natürlich alle Maßnahmen ergriffen, auch mit Blutuntersuchungen und dergleichen. Es ist ein Infekt in seinem Körper. Und wir müssen natürlich 24 Stunden Fieberfreiheit abwarten, bevor wir ihn wieder belasten dürfen. Das ist jetzt natürlich heute, zumindest Stand jetzt, nicht möglich, weil ich habe gestern um ungefähr 17 Uhr oder 18 Uhr mit ihm telefoniert. Sodass er heute natürlich nicht mit der Mannschaft trainieren kann. Und es geht ihm auch nicht wesentlich besser. Die Zeit ist knapp. Aber Slomka hofft weiterhin auf den Niederländer. Der werde die Kritik schon wegstecken.